Mittwoch, der 13. November 2019. Es ist 18.25 Uhr. Wir starten in eine neue Runde Lotto-Glück mit Chris Fleischauer. Willkommen an diesem Mittwochabend. Schön, dass Sie bei der Zio wieder mit dabei sind. Und eines vorweg, der Jackpot. Der ist nicht geklackt, Sie sehen es schon hier. Heute gibt es also wieder einiges zu holen. Wir legen auch sofort los. Kugeln und Ziehungsgeräte sind, wie immer im Vorfeld, ordnungsgemäß überprüft worden. Und damit startklar. Ich drücke die Daumen. Ihnen allen jetzt viel Glück. Ich muss ja meinen Vorschluss machen. So, wie gesagt, der Jackpot ist nicht geklackt. Sie haben es gerade schon gesehen. Gleich sechs Spieler waren ganz knapp dran. Und das große Glück hat es aber auch nicht gereicht. So, es dürfen uns heute, wie gesagt, über rund 12 Millionen Euro in der europäischen Gewinnklasse kommen. Und diese ist nur kurz. Jetzt los. Die 17. Jeweils knapp 270.000 Euro. Die gehen für den einfachen 6er-Rolle-Sieberzahl. Zweimal nach Necklenburg-Vorpommern. Zweimal nach Nürnersachsen. Und zweimal nach Rheinland-Pfalz. Glückwunsch. Weiter geht's mit der 44. Am Samstag konnte sie auch heute später mit unserer Militärstatistik einreihen. Knapp 2,5 Millionen Euro. Die gehen dank der Zusatzworte der E-90-Spiel-77 nach Nordrhein-Westfalen. Glückwunsch. Die nächste ist die 38. Und auch bei Super 6 gab es einige Regierer in der europäischen Gewinnklasse je 100.000 Euro. Die gehen dieses Mal nach Berlin, Nordrhein-Westfalen, in Saarland und allein nach Thüringen. 20 ist die nächste. Übernächsten Montag ist ja schon der erste Advent. Wir drücken also noch feste Daumen als sonst. Vielleicht werden sie ja schon in der Vorweinerszeit auch mitbeschert. Vielleicht ist sie heute Abend. Die 18 ist die vorletzte. So, ich muss heute Abend grüße. Die letzte Autozahl bei uns ist die 29. Das sind sie, die sechs richtigen aus 49 am heutigen Mittwoch. Weiter geht's jetzt mit der Ziehung der Superzahl. Dem Gewinnbooster haben wir ja gerade eben erfahren. Ich drücke nochmals ganz fest die Daumen. Viel Glück! Insgesamt haben wir 22,8 Millionen Euro in der Gesamtausspielung und rund 12 Millionen Euro in der größten Gewinnklasse von 6 aus 49. Und das hier ist die heutige Superzahl. Null. Ja, damit stehen alle Gewinnzahlen von 6 aus 49 fest. Und hier nochmals die Zusammenfassung mit den Lottozahlen in richtiger Reihenfolge. 17, 18, 20, 29, 38, 44 und die Superzahl 0. Jetzt fehlen noch die Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits im Vorfeld zur Leipzigung ermittelt. Und in Spiel 77 gewinnt haben. 3, 2, 8, 1, 4, 6, 6 und noch die Gewinnzahl der Lotto-Super-6. 6, 3, 1, 2, 9, 1. Nachlesen können Sie alle Zahlen wie immer nochmals bei uns im Internet auf lotto.de. Und damit sind wir schon wieder durch. Das war Lotto am Mittwoch. Die nächste Chance, die gibt es am Samstag pünktlich um 19.25 Uhr. Ist dann meine Kollegin Miriam für Sie da. Bis dahin Ihnen allen noch eine schöne Woche. Tschüss, machen Sie es gut. 2, 2, 6 aus 9, 40. Spielen beim Original. ï K amplisieren fahren. 4, 5, 20, 39. K々.